Hi, mein Name ist Marlena Rosenberg. Ich arbeite in Friede Ost via Vita 2 und 4. Das ist eine Station für Menschen im Wachkoma und ich arbeite hier eigentlich sehr gerne bzw. ich habe meine Ausbildung gemacht und bin auch direkt hier geblieben, da mir die Kollegen hier sehr viel geholfen haben. Es war sehr nett und die Arbeit ist sehr spannend. Also ich habe zwar für Menschen in der Altenpflege gelernt, aber ich kann hier auch bleiben, weil das quasi hier das genauso das gleiche Angebot ist. Und ja, man lernt hier sehr viel und es ist sehr spannend. Vielen Dank.